recht herzlich willkommen zur zwanzigsten folge von this war of mine ja letzt mal im doppelhaus kommen wir wieder zurück da war noch ein sägeblatt was wir da bräuchten um nach unten irgendwo hin zu kommen aber ob das das ziel ist dann noch mal hinzugehen momentan ich glaube nicht müssen nämlich gucken dass wir noch irgendwie mit dem essen klarkommen katja geht es viel besser das ist super wir haben die elektro teile mit jetzt könnten wir gucken dass wir diese werkbank da unten upgraden wir haben aber noch was zu lesen ach so dass wir mit dem nachbarn das hatte ich aber schon gelesen was hat er zu sagen vielleicht hätten wir nicht stehen sollen aber wir sollen wir sonst überleben genau was dazu zu sagen aber klar und hat ja auch nicht dies aber noch verletzt erholt sich haben wir noch ein verband mitgebracht nein haben wir nicht dann bleibt sie so im bett liegen ja sehr müde er geht aber erstmal kochen ist ja unser handwerker der guckt zu dass er jetzt hier die dinge ins bank upgrade ja das ist jetzt bruno kann man nicht machen für uns das essen und und ne feuerholz haben wir ja jetzt können wir essen machen gut ok was macht marin jetzt der wird da stehen oder dein also leicht krank ja den stellen wir jetzt definitiv her er kann da was zu essen rausnehmen sehe ich gerade was sehr wichtig ist bruno ist hungrig der isst auch was die falle können wir wieder besetzen fleisch für fleisch das ist auch kein fall ja den dünger aber den dünger brauchen wir demnächst beim dingens machen wir so bruno geht definitiv schlafen so er ist hungrig geht da hin so können wir das schon anpflanzen kann man nicht bauen er hat zehn wasser ein dingens können wir nicht zweimal machen aber ich stelle es trotz alledem her so er wird schlafen das ist gut so sie ist das machen wir mit ihr sie wird was essen und er geht in der zeit schlafen so so hier haben wir jetzt den ganz maren der nimmt sich die tabletten ja der nimmt sich die tabletten das ist schon mal gut so so hier oben noch was? nein ich hätte nicht zuerst gegessen wahrscheinlich eher sie ist hungrig und isst erstmal eine dose geht dann nach hier unten hin kann sie aber auch langsam machen die brauche sie nicht bei allen dies Jahr jetzt rennt sie trotzdem egal ja traurig und müde jetzt gehen wir da hin geh da hin du wenn du schon hier bist gehst du mal da gucken Kräutergarten Kräutergarten ne was ist das hier das ist jetzt gar nicht mehr können wir Verbände herstellen haben wir aber alles nicht das hier retten brauchen wir Tabak für ok das ist geklärt dann gehen wir da hin der ist noch müde ich finde es auch noch müde der Bruno ist auch leicht verletzt er holt sich so hier ist nichts zu machen außer gleich Feuerholz gut das ist schade wie schaut es hier aus da können wir nur eine Axt machen Seeglöck leider auch nicht da fehlen uns zwei Teile ganz schlecht jetzt die Frage ob wir noch einen Filter haben weil wir haben auch kein Wasser da oh den haben wir noch das ist schon mal gut dann bau den da rein er ist noch müde und Pablo ist leicht verletzt und der holt sich dann geht Katja da aber schlaf mal die ist verletzt die hat es nötiger ja Bruno ist leicht verletzt und er ist auch leicht verletzt er holt sich aber nicht dann setzt er sich auf den Stuhl und die Zeit läuft uns jetzt runter das läuft das ist gut dann kriegen wir demnächst auch doppeltes Essen hin das ist wichtig das Wasser müssten wir noch fertig kriegen aber okay Filter konnten wir auch nicht mehr herstellen ne ne auch Teile fehlen da das ist nicht gut hier hätte ich gern noch gewusst ob er sich erholt naja jetzt ist zu spät gut wie schaut es aus wir haben Verletzte die im Bett schlafen müssen Katja auf jeden Fall Maren ist leicht krank ja dann schläft er er steht wache und wir beide gehen dünner ne Pavel so und dann brauchen wir Teile auf jeden Fall möglicher Handel möglicher Handel eine Menge Lebensmittel eine Menge Medikamente eine große Menge Waffen eine große Menge Teile möglicher Handel ja was hätten wir zum Handeln gute Frage ne vielleicht die Tabletten ja sind's aber nix also wirklich es ist das nicht zum Handeln auffällig besetztes Haus brauchen wir was zu essen noch ja eine Gefahr ist da auch ist klar aber da ist alles das was wir brauchen ich glaube wir gehen mal da hin wir haben sogar noch einen Filter müssen wir eine Waffe mitnehmen bevor wir das Messer nehmen nehmen wir dann die Axt oder oder das Brecheisen lieber das Brecheisen ja und dann würde ich sagen machen wir mal uns auf den Weg so dann mal los da ist ein Ausgang auf jeden Fall draußen liegt schon der Alkohol so hier ach da steht auch noch einer gleich der ist ein bisschen beschwipst bei ihm da oben ist es schon viel besser gibt es hier ein Versteck? ich glaube nicht ja das ist schon mal etwas gut dann gehen wir mal in das Versteck denke ich mal als erstes die Vermutung dass der gleich wieder kommt da haben wir Glück gehabt die läuft auch mit der Pistole rum auch super der geht leider nicht hoch oder? ok so der sollte weg sein dann gehen wir da mal rein dann gehen wir da mal rein ich glaube wir gehen mal vorsichtig weiter da sitzt jemand das ist also nicht gut das ist also nicht gut es ist kalt ich sollte besser das Fenster öffnen komm wir müssen da hoch ok da ist eine Tür komm los komm los suchen gut die nehmen wir auf jeden Fall was lassen wir hier ich glaube die Zahnräder haben wir genug obwohl der Tabak ist nicht das entscheidende da ist jetzt da hin ich weiß nicht wo da einer ist da ist niemand ich muss auf anderen Seite schnell gucken scheiße scheiße so dann sind wir auch schon weg so dann sind wir auch schon weg und ich sag dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 Vielen Dank.